Hondo Schattenschneider? Ja, klar kenn ich den. Immer wenn ich am Töpfern war, hat mich mal so ein widerlicher, schleimiger Geist von hinten umarmt. Ich hab keine einzige Vase mehr fertig gekriegt. Und Hondo hat dafür gesorgt, dass das aufhört. Wo der jetzt steckt? Keine Ahnung. Hast du mal in Schweden geguckt?